Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Glorio. So, in dieser Folge füllen wir hier die Kiste auf. Ja, das reicht ja, ne? Ne, ähm, wir wollten die Verteidigung umbauen, aber da haben wir die Kiste kurz auffüllen, das war mir jetzt nochmal wichtig. So, einmal hier langziehen, das machen wir kurz. Ich würde sagen, wir fangen mal hier drüben an, gehen da so wie möglich, würde ich sagen und dann... Nur das schon! Können wir ganz kurz ein bisschen nachladen. 23 haben wir... So... Oh nein, 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 also das war ja eine gemeine falle also bei den ganzen leichen habe ich das gar nicht gesehen so hier ist soweit gegründet das gefällt doch mal unsere wunderschöne verteidigung mal sitzen das würde passen ja nur noch 13 das hebe ich ganz kurz auf für den fall der fälle als ich ein bisschen ruhig wirken daran dass es ziemlich spät momentan habe ich mich einige probleme an dem internet was mich ehrlich gesagt richtig fertig macht es ist momentan eine ziemliche herausforderung die folgen pünktlich abzuladen also bei mir zu hause geht es gar nicht und ihr wisst es ja es gibt ja immer ein der internet hat und muss man die folgen fertig rändern auf dem usb stick ziehen ich kurz ins auto setzen wegfahre sag ich mir dazu woanders hinfahren wo es internet gibt und sieht auch wo wir waren es ist auch seufz schieß einfach mal andersrum wo du Bock hast ist auch gut naja für mich etwas nervig und ich hoffe dass sich das den nächsten part wieder geben mal so gegen gibt so naja aber ich habe da vollstes vertrauen dass da eventuell mal irgendwann was passieren wird und wenn einer fragt warum ich vertrauen da drin habe mir bleibt ja nichts anderes üblich das ist ja der ganze grund ich verstehe ich doch dass ich davon noch was habe aber es wurde gefragt warum ich davon zwei blueprints habe ja weil ich nicht immer die bäume gleich mit wecken möchte das ist der ganze grund deswegen habe ich das aufgetrennt außerdem inventarplatz ist jetzt nicht so wichtig manchmal schon aber meistens nicht genau so von wo holen wir uns zu stromen die antwort ist klar von unten also ich kann mich noch daran erinnern wo das was ich hier gerade mache einfach gedrückt halten wo das noch nicht im spiel drin war war so lässt sich immer lange stromleitung zu geben so danke sehr strom ist da oben eingefallen wird unter 30 gigawatt nicht gut ja und ich werde auch hier den bahnhof machen hier so hoch denn da lang dass man auf aufs blicken wahrscheinlich die kohle auf die ist mir egal kommt ein kreisel hin denn wo kreisel zur seite nach oben das passt genau sehr ich 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 sehr schön alles mit radar abgedeckt jetzt brauchen wir noch ein bisschen munition da habe ich auch wieder was mitgenommen dann passt das was dann mache ich extra zwei ländchen das ist passend auf versuch ist dann trotzdem nur mit einem ziemlich wenig mauern haben wir mich nicht davon ab dabei auszubauen wenn das findet muss ich so okay Das ist ja English. Natürlich könnte man das machen, aber nur weil man es hat, muss man es ja nicht ausnutzen. Ich jedenfalls meine. Ah, du bist auch sehr verwurrt. Ja, hat doch gereicht. Das ist auch eine schöne kleine Mauer, das gefällt. Eine kleine Mauer, schön viel in Reichweite, es wird schön, das wird lecker. Bei Dacian nicht ganz in die Ecke. Ja. 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 So. Wenn Sie sich jetzt einer fragt, warum ich nicht gleich den Strom mitgenommen habe. Ja, frag ich euch zurecht. Warum ich hier in Extreme Fast Bedienste benutze. Auch eher fraglich, warum. Antwort lautet wahrscheinlich, äh, nicht weil ich es vergessen habe, sondern weil ich geplant habe, nochmal zurückzulaufen. Und Motivation. Darin wird es lieben. Ja. 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 Ich bin auch. also sie kippen da haben sie ja was eingeführt was zwar ganz cool ist aber man sich im endeffekt nur darüber aufricht und ja natürlich weiß ich dass ich wenn ich die schien gelangt baue garantiert dass mir weg ist das weiß ich es ist aber nicht schlimm es muss ja jetzt erstmal nur provisorisch funktionieren es gab neue mauern hier gibt es der kiste 4000 noch drin wir füllen sie trotzdem mal nach kann es sein dass ich jetzt gerade mal 1000 aus der munitionskiste daraus ein tausend bisschen wenn wir einen ganzen neuen mauer und der gute punkt war alt ich freue mich auf alle fälle schon hier schienen zu legen die jetzt anzuschließen habe ich richtig lust drauf von nix für mann ist einfach nur mal ganz gut cool sagt ganz komisch aus wo haben wir denn stein ich weiß nicht ewigkeiten hat immer noch 50 millionen ja ich glaube ja keine ahnung es dauert alles tausend jahre bis das leer ist das ist so gut da haben wir richtig entschieden mit denen hier das erste eisen hat natürlich mittlerweile schon ein bisschen produktivität eingebüßt aber trotzdem auch richtig hart aus was natürlich habe ich ein bisschen zu viel zum glück bin ich nicht gleich losgelaufen was ich sagen wollte also die menge ein eisennetz ja drin ist ausreichend das finde ich gut so vor allem für so eine mega fabrik sonst ist man nachher nur noch am expandieren um mehr hochstoff zu schaffen auf sich glaube ich jeder vorstellen hat man eher weniger lust apropos wenig lust viel spaß wald viel spaß und ich weiß es wäre jetzt sinnig gewesen die verteidigungslinie zum beispiel hier hinter zu machen dann hat man noch ein bisschen defensiv bonus oder in der klippe und so aber das ist egal einfach geschlossen ist das egal ach so und wenn ich manchmal nicht dasselbe mache wie ich in der letzten folge gesagt habe dann liegt es einfach daran dass a viel zeit dazwischen liegt teilweise und b dass ich mir zwischen den folgen durchaus mal gedanken mache was ich als nächstes mache was so sinnig ist oder ich einfach auch spontan kein lust darauf habe zum beispiel momentan habe ich richtig bock hier erzfelder anzuschließen ich will immer mit rechter maustaste ziehen das ist natürlich umfug das ist ein anderes spiel ja ich habe richtig bock hier die erzfelder anzuschließen deswegen habe ich mich jetzt hier mal so spontan darum gekümmert und sie auch hier eine mauer kurzzeitig ja die ich nicht anschließen werde ans ans system das ist nur kurzzeitig äh um einfach mich schon mal hier die die ruchstoffe zu prallen und das hier vernünftig anzubinden mit geschützen und so weiter wie gesagt ich hab da gerade richtig bock weiter zu machen deswegen ist auch mal ein provisum ausnahmsweise aber ihr wisst ja nichts hat länger als ein provisorium das ist leider gesetz so gott hier müssen wir viel fein tun so gott hier müssen wir viel fein tun so gott hier noch mehr so qu setze so nun muss man können wir so Position das ist jetzt absolut unnötig wir brauchen habe ich gesehen hier von welcher schön er ist jetzt zum glück nicht so weit einmal hiervon und eine stahlkiste das ist ja gut Wenn es ein Provisorium ist, kommt ja auf alle Fälle hier ein Radar hin. Wo gehst du die Hälfte? Boah, Hangar, wie viel Stahl hast du? So, jetzt gucken wir nochmal zum Abschluss dieser Folge hier kurz in unser Warenhaus. Dann passen wir da wieder alles aus und gehen noch zurück in die Base. Aber an dieser Stelle nutze ich schon mal die Gelegenheit und verabschiede mich aus dieser Folge. Und die Folge kommt ja am besten raus. Das bedeutet, hey, hoffentlich sind alle gut ins Neue gekommen von euch. Und am Ende der Folge, die neue Größe zu machen, ist sowieso viel besser. Wer bis hierhin geschaut hat, euch begrüße ich die anderen nicht. Ne, also an alle Folgen neu ist, ne? Da seid ihr gut reingerutscht und wenn ihr die Folge seht, ist auch nichts Schlimmes passiert. Kleiner Fun-Fact gibt ja mal wieder, wie jedes Jahr immer ein paar Theorien, dass alle Computer mal wieder crashen und solche Scherze. Wahrscheinlich werden die mir von Google auch nur angezeigt werden. Weil ich darauf klicke. Schon seit Jahren. Ich finde das immer so lustig. Und. Naja. Wenn es denn wirklich so kommt, kann ich sagen, ha, ich wusste davon. Ihr habt mir nicht geglaubt. Oder so. Naja. Wird ja wahrscheinlich ein sehr ruhiges Neujahr gewesen sein. Für mich ist es ernst. Morgen. Ja. Ganz knapp, äh, morgen, weil es ist fast der 31. Wenn ich noch länger hier, äh, zurücklaufe, dann ist der 31. Bedeutet, ich renne jetzt noch Folge heute Nacht, bringen sie morgen früh rüber, laden sie hoch und dann der See frisch am 1. Letzten. So. Ich würde sagen, ich lasse mich nochmal von der Logistik hier ordentlich auffrischen. Und wir sehen uns dann in einer weiten Folge, wenn wir endlich die Ärzte anschließen können. Da freue ich mich, wie ihr sagt, richtig drauf verkusset. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.